Nur 35% aller Unternehmen haben in die Automatisierung Ihres Rechnungseingangs investiert. Sie gehören dazu. Sie wissen, wie hilfreich die Automatisierung der Rechnungsbearbeitung ist. Sind Sie bereit, Ihr System weiterzuentwickeln, um noch mehr Nutzen daraus zu ziehen? Sie können Ihre Rechnungsbearbeitung zu einem Center of Excellence machen. Die Rechnungsbearbeitung zu optimieren und zu automatisieren, ist eine Herausforderung für die Finanzabteilung. Aber wenn es richtig gemacht wird, macht es Ihren operativen Betrieb schneller, effizienter und transparenter. Erweitern Sie Ihr bestehendes System um neue Technologie, die Ihnen neue Funktionen bietet. Multi-Channel-Erfassung und Verarbeitung von Rechnungen. Best-Practice-Workflow ERP-Integration Mobilfunktionen Analysen und Berichte Integration von Hardware Gemeinsam bieten wir unseren Kunden Lösungen an, die einzeln oder als vollständig integrierte Suite verfügbar sind. So hat Kofax anderen Unternehmen geholfen. Hyundai verbesserte seine Rechnungsbearbeitung mit Kofax. Jetzt werden 99,99 Prozent aller Rechnungen auf Anhieb korrekt bezahlt. Und die Freigabe dauert nur noch zwei Tage. Das Reiseunternehmen Carlson hat durch die Automatisierung seiner Rechnungsbearbeitung mit Kofax 99,9 Prozent Genauigkeit erreicht. Zeit und Personal für die Rechnungsbearbeitung wurden um 70 Prozent reduziert. Die Mitarbeiter können sich nun auf andere Finanzaufgaben konzentrieren. Thomson Reuters, der Anbieter von Geschäftsinformationen, hat durch den Einsatz von Kofax-Lösungen die Verarbeitungszeit bis zur Zahlung um 40 Prozent verkürzt. Erreichen Sie Exzellenz in der Rechnungsbearbeitung, smarte Lösungen für smarte Buchhaltungsabteilungen. HP stellt sicher, dass die Kofax-Lösungen mit Ihren ERP-Systemen und Ihrer IT-Infrastruktur funktionieren. Durch unsere Partnerschaft bekommen Sie eine durchgängige Rechnungsbearbeitung ohne Unterbrechungen. Zusammen sind wir noch stärker. So können wir Ihnen eine erstklassige Rechnungseingangslösung liefern. Ziehen Sie mehr Nutzen aus Ihrem Rechnungseingangssystem. Am besten fangen Sie hier an.